Heute ist der erste Tag nach den Sommerferien. Wenn ihr mich jetzt noch hört, habt ihr entweder verschlafen oder ihr seid gerade auf dem Weg zur Arbeit. Wie auch immer, ich spiele euch jetzt den neuen Hit von Mr. Zink. Euer TGI Radio. Guck dir mal den Spastern. Ne Opfer, oder? Oh Gott, das ist glücklich, du wärst scheuernder weiter. Heulendürt. Besser hinterlächeln. Danke. Sehr schön. Wenn ihr nicht hüttet, laufen kann. Wie hüttetined mal an? Florian, die Spitze, fluggeret. Wie ist die Hiele? Was die Hlecten von Paße war? Ja, den Hlecten von Complex. Ganz ehrlich. Halleluja, Halleluja, Halleluja!